Unser Produkt ist viel weiterentwickelt als Google Street View. Wir machen das hoch aufgelöst, dreidimensional und jeder Pixel hat eine präzise 3 Dekoordinate hinterlegt. Wir sind die Novitas, ich bin Hannes Oigster. Wir digitalisieren Strassen- und Schienennetze mit Stereokameras und Panoramakameras hoch aufgelöst, generieren eine digitale Zwillinge und stellen über Webcloud-Lösung der Infrastrukturbetreiber zur Verfügung. Wir sind acht Jahre mit der Innovitas unterwegs. Nach drei Jahren an der Facherschule in Westschweiz sind wir nachher wieder in Aargau gezögelt und haben uns hier weiterentfaltet. Auf der Schwelle zum KMU stellen sich neue Fragen. Man hat fein gesicherte Aufträge, man hat grosse Projekte und dazu braucht man natürlich entsprechende Fachkräfte und Mitarbeitende, wo man die Möglichkeit hat, das Business zu korrieren. Wir begleiten Innovitas seit rund sechs Jahren. Wir haben das Unternehmen kennengelernt, wo es auf der Suche nach einem neuen Standort war. Es macht Freude, so innovative KMU zu begleiten und zu sehen, wie sie sich rasant weiterentwickeln und wie sie schnell wachsen. Der Standort Föderung Aargau hat uns super unterstützt bei der Suche nach einem geeigneten Firmenstandort für den weiteren Aufbau der Innovitas. Der Standort Aargau gibt uns riesigen Schwung. Wir haben mittlerweile Projekte in ganz Europa. Gleich kürzlich haben wir die Stadt Wien digitalisiert. Dafür sind wir 80 Tage mit zwei Messfahrzeugen im Einsatz gewesen. Was mich antreibt, ist, dass ich neue technologische Mittel einsetzen, um bestehende Prozesse zu verändern, Innovationsbringungen zu bringen und damit neue Marktbedürfnisse zu schaffen. Bottas Pl GG Port Ring ται pivot Stuttgart 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 Gvt Untertitelung des ZDF, 2020